Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Ja Leute, ich habe mir jetzt mal ein bisschen meine Amiibos geskinnt. Einmal die Amiibo-Schachtel, die kriegt man bei jeder Amiibo, wo man kein extra Outfit kriegt. Dann natürlich den Knaoshi Woolly World, blauen Yoshi. Dann ein Bowser-Outfit, das Mario-Outfit, das Peach-Outfit und das Toad-Outfit. Okay. Oh, jetzt habe ich es nicht ausgewählt. Ach Mann, Fail. Ich will heute, was machen wir denn? Ich laufe einfach mit einer Amiibo-Schachtel rum. Why not? Und wir haben ja hier weiter gemacht. Deswegen suchen wir jetzt diese vier Bälle in diesem Dino-Randal. Mal gucken, wo sie sein werden. Ich bin schon sehr gespannt. Und das ist auch das vorletzte Kunstwerk, by the way. Diese Map haben wir echt schnell abgeschlossen, aber... Ich meine, was will man alles machen bei diesem Dino, bei dem Großen? Okay, und hier mache ich lieber alles kaputt. Denn hier ist auch schon der Erste. Aber wie soll man den jetzt kriegen? Warte mal. Man kann auch ohne bestimmt hier hin, oder? Ah, Moment. I know. So. Dann hier runter. Und dann können wir ohne laufen. Was auch hier nötig ist. Weil während man diese Maske trägt, kann man ja leider nicht diese Dinger abschießen. Okay, jetzt brauche ich euch. Danke. Oh, ich kriege hier eh noch genügend Muni. Ah, das Amiibo-Outfit sieht cool aus. Und schaut mal. Ich hoffe mal, da oben ist einfach nichts. Nein, ich denke mal nicht. Okay. Gut, dann suchen wir weiter. Ohne dieses Outfit, das wir hoffentlich hier nicht mehr brauchen. Nein. Aha. Den kann man wieder leicht übersehen, aber wir haben ihn ja. Und wir brauchen ja nicht fünf, wie sehr oft. Oh, ups. Stopp. Sondern nur vier. Das ist auch sehr selten so. Wenn nicht sogar zum ersten Mal jetzt. Und diese Zeit aufwende. Äh, mach ich nicht. Weil, das ist ja unnötig. Da stressen wir uns nur und vergessen vielleicht so etwas. Oh, komm doch runter. Ah, wow. Okay. Okay. Die Musik finde ich ganz geil übrigens, falls ich das noch nie gesagt habe. Was ich nicht glaube. Im Gegensatz zum Ninja-Haus, das fand ich ja nicht so geil. Oh, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier das Ding brauchen. Das kann man aber auch nicht wissen, ernsthaft. Wow. Als ob uns das Damage macht. Seriously. Sag ich dazu nur. Aber egal. Wenn wir Gott sei Dank schon die Hälfte von diesen Teilen. Und da ist auch schon das nächste. Wir müssen es jetzt aber nicht zurückbringen, oder? Hey. Wie, assi. Nun gut. Dann gehen wir halt nochmal zurück. Und bringen es nochmal weg. Ich hoffe, wir brauchen es jetzt echt nicht nochmal. Ziemlich echt asozial. Hoi, hoi, hoi. Das war knapp. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, aber ihr vielleicht gesehen habt. Dass Amiibo, alle Amiibo-Outfits haben. Okay, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber die sind wie die Ultraseltenen und haben fünf Leben. Gut. Jetzt haben wir Nummer drei. Und deswegen ist es hier immer auch so leicht versetzt, nehme ich mal an. Du, 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 du. Nein, wir haben es nicht verbaut. Es ist so nervig. Dann holen wir uns halt wieder dieses Teil. Why not? Das heißt, es ist hier gleich das nächste auch noch. Kann ich gut drauf wetten, ne? Oder, also mich würde es jetzt freuen, wenn es am Ende wäre. Aber okay. So, hier ist es, denke ich, nicht. Ich gehe nochmal da lang. Nein, nein, nein. Ja, sehr gut. Okay. Das Level ist ja sogar noch ein bisschen. Schaut, fünf Leben. Ja. Oh, jetzt habe ich nicht so genau geguckt. Wieso können wir es nicht ablegen hier? Aber hier brauchen wir es sowieso noch. Dann ist ja gut, dass wir es dabei haben. Okay. Und sonst so. Aber jetzt ist das Level leider nicht mehr so lang. Deswegen hoffe ich, dass es entweder so ist, wie ich gedacht habe. Und von, und irgendwie ganz am Ende. Oder es jetzt demnächst kommt. Beides wäre mir recht. Hier ist es nicht. Okay. Oh mein Gott, wie es gerade gelegt hat. Ah, habe ich es jetzt ernsthaft übersehen? Ah ja, ja. Ach, Mann, oh. Weiß nicht, ob ich das dran schneiden soll noch. Hm, ja. Ich denke mal, wir sehen uns gleich dort. Wenn ich es nicht finden sollte, dann sehen wir uns. Wahrscheinlich in der anderen Welt, im neuen Level. Weil das ist ja die Bitte, die wir noch erfüllen müssen. Genau. Also, mal gucken, wo wir uns gleich sehen. Also, gefunden habe ich jetzt nichts. Aber ist nicht schlimm. Dann machen wir das im nächsten Part. Und ich suche es offline. Und dann machen wir es einfach hier im Höhenhochland weiter. Genauer gesagt, im Schnuffel ist Magmarathon. Magmarathon, ja, richtig. Okay. Dann werden wir wohl wieder Schnuffel begegnen. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Schnuffel ist immer cool. Okay, schon mal was zu werfen. Ah. Okay, gut, dass man hier das kriegt. Ich denke mal, schon die erste Blume, oder? Die, ich fühle mich gerade verarscht. Aber, okay. Oh, neuer Gegner. Ich denke mal, die können wir nicht anfassen. Wieso sind hier keine Red Coins? Die Lava sieht übrigens voll cool aus. Das sind aber wehe, wenn nicht Ebener. Okay. Kann man die vielleicht mit einer Stampfattacke? Nein. Okay. Gut zu wissen, aber. Wow, das wollte ich gar nicht treffen, aber okay. Ey. Sehr schön. Oh, wir können euch abschießen. Okay. Müsse ich dann? Ja, komm, wir gehen nochmal zurück. Es kann immer was sein, wenn man die besiegt. Er freut sich. Okay. Na dann. Ist ja auch schön, wenn Yoshi sich freuen kann. Gibt es hier irgendwas? Ich bin mir halt nicht sicher. Ich denke nicht. So wird es nicht abschießen können, okay. Ich habe eigentlich mit einer Zeit-Challenge gerechnet, aber halt nicht, ne. Schon wieder so ein Teil. Das muss man doch safe sammeln. Oh mein Gott. Wie sollen wir da runterkommen? Ach so. Okay, ja. Das ist ja ganz easy. Herzen brauchen wir. Und ein Checkpoint wäre ganz schön in nächster Zeit. Sammlerobjekt mehebi. Oh mein Gott. Yay, nächste Red Coin. Bis jetzt, denke ich, haben wir nichts übersehen. Sehr schön. Nächste Blume. Oh man, ich wollte dich eigentlich essen. Denn ich habe dich zum Fressen gern. Ja, schlechter Witz. I know, aber muss sein. Ach so. Ich habe gar nicht geblickt, wo wir hin müssen als nächstes. Springst du? Okay, muss nichts sein. Wenn ich mal schnuffel, was mache dann? Gehen wir doch weiter. Hier kann wieder sehr viel sein, aber... Nun gut. Ja, Schnuffel, du kannst sie wieder besiegen, weil du in der Maschine bist. Okay. Wieder was. Red Coins. Viel Stück. Sehr schön. Ich denke mal, mehr gibt es hier auch nicht. Ach so, wir machen die Schnuffelchen den Weg frei. Nein, Schnuffel, du musst hier drauf bleiben. Ja, renn. Perfekt. Und jetzt hier. Ja, bringen sie mir bitte. Dankeschön. Okay, Schnuffel, nicht einschlafen. Es geht weiter. Dankeschön. Auch wieder was zum Draufwerfen. Herzen. Ja, haben wir. Ups, sorry. Schnuffel, tut mir leid. Komm, jetzt laufen wir da durch. Nein, du musst schon da reinlaufen. In die Lava, weil nur du kannst das. Auch willst du mich verarschen, Schnuffel? Oh, komm jetzt da rein. In die Lava, ja. Und jetzt da lang. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Applaus. Red Coins. Und dann kommst du hier wieder raus. Und da ist übrigens das Geschenk. Sehr schön. Bis jetzt sieht es ja sehr gut aus in diesem Level. Okay. Schnuffel, danke. Hätte ich jetzt auch ohne Hilfe gekriegt, aber okay. Jeder durchgeht. Cool. Hier, okay, nur Münzen. Schnuffel, da lang. Und jetzt da lang. Sehr schön. Okay. Oh, du gehst schon. Schade. Wow, man kann die auch gegenseitig töten. Das ist auch gut zu wissen. Wo sind wir denn? 17 von 20 und noch zwei Blumen fehlen. Das kann ja ganz gut hinkommen. Vor allem Red Coins. Sehr schön. Hier sind, denke ich mal, nochmal... Ah, da rennt er gerade vorbei. Hier sind nochmal Herzen. Ja, oder sowas. Red Coins? Okay. Ich töte es jetzt mal lieber doch alle. Wir haben ja nicht gute Erfahrungen damit, wenn man einen Gegner überleben lässt. Machi. Ey, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Mein Gott, lass mich in Ruhe. Ei, ei, ei. Time Challenge. Oh, die mache ich als erstes. Komm schon. Komm schon. Oh, wir haben sie gekriegt. Hä? Wir haben doch alle gegessen. Willst du mich verarschen? Hä? Check ich nicht. Check ich echt nicht. Oh Mann, ey. Wo, wo ist es? Aber die Red Coins haben wir. Ich verstehe echt nicht, warum wir die Blume nicht gekriegt haben, aber okay. Oh Mann, renn doch. Ei, ei, ei. Mann, dieses Ding nervt mich echt. Aber Red Coins haben wir zumindest, aber uns fehlen ganze zwei. Oder was hat Schnuffelchen noch? Warum können wir es... Warum können wir es denn abschießen? Also Schnuffel. Keine Ahnung. Echt. Und noch einmal sowas. Herzen. Deswegen habe ich es gemacht. Okay. Dann Schnuffel. Komm her. Oh, wir haben es eigentlich hingekriegt. Yay. Oh mein Gott, wir haben es. Schön. Dann fehlt jetzt nur diese eine Chime Challenge. Sonst hätten wir alles. Ich weiß nicht, ob er es automatisch macht. Ja, sehr schön. Okay. Da freut sich Yoshi doch mit uns. Mal schauen, wie gut wir waren. Ich weiß es nicht. Okay, ja. Uns wird nur eine Blume. Sehr schön. Die holen wir dann auch demnächst nach. Aber ich will noch ein neues Level sehen. Und wenn wir jetzt das auf 100% machen, dann können wir das nicht machen. Der Vulkan ist gar nicht ausgebrochen. Wir waren innerhalb des Vulkans. Elf Blumen gibt es hier. What? Okay, nein. Wir machen lieber hier die Aiza. Machen wir doch mehr 100%. So, hier haben wir vier Minuten Zeit, ja gut, Schnuffchen zu finden. Aber das ist ja eh unnötig, weil wir auf dem Flugzeug sind. Ich hoffe, ihr kriegt schnell Eier. Und jetzt starten wir auch von der Rückseite. Da ist wieder diese Startbahn. Achso. Ich habe mir gerade gedacht, wie soll man die kriegen? Dankeschön. Besser aufpassen. Maybe. Eieiei. Ja, so ist gut. Okay, den ersten haben wir. Ich will nicht mein Ding schon verlieren. Okay. Mein Gott. Schnuffel, wo bist du? Bisschen runter, bisschen runter. Oh mein Gott. Ich bin wieder absolut nicht in dieser Steuerung für Dings drin. Was auch immer das war, wir haben es abgeschossen. Ja, kommt es nochmal. Okay, wir haben es wieder abgeschossen. Das sind dann nur Objekte, denke ich, aber okay. Jetzt habe ich Schnuffel explizit abschießen müssen. Wie oft müssen wir das treffen? Alter. So oft anscheinend. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Da war ja sonst kein Schnuffel. Deswegen machen wir da noch so weiter. Wie soll man hier ausweichen, frage ich mich. Am besten wäre es, wenn wir nicht down gehen. Oh mein Gott. Ja, Schnuffel ist wieder da. Oder auch nicht. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, der wäre hier. Aber anscheinend nicht. Das ist doch gut. So. Okay. Jetzt müssen wir wieder nach oben gehen. Und dann kriegen wir das schon hin. Runter, runter, runter. Ja, sehr schön. Yoshi. Okay, wir haben alle. Das ist nur noch im Timelimit. Schaffe. Nein, bleibt lieber unten. Und dann passt es. Aber das Timelimit wird, denke ich mal, eh nicht schwer sein. Und wie lange hat man Zeit bitte dafür? Vielleicht darf man es einfach nicht treffen. Ich weiß es nicht. Runter. Gar nicht knapp, auf jeden Fall. Und ich denke mal, jetzt sind wir im Ziel. Ja, gleich. Warum auch immer, dass jetzt hier am Ende ist. Aber okay. Okay. Ja, aber jetzt haben wir es, oder? Ja, sehr schön. Mit allen Sachen. Oh, und auf der Landebahn sind wir nicht letztes Mal stehen geblieben. Das ist sehr schön. Dass es jetzt so ist. Yoshi freut sich. Wir freuen uns alle. Okay, ja. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall das eine abschließen. Also wir sind jetzt noch in dem Part nicht fertig. Aber trotzdem, ich sag schon mal. Wir werden das hier, das letzte Level spielen. Höhenhochland. Und außerdem werden wir hier das zu Ende bringen. Ich könnte eigentlich jetzt nochmal suchen. Aber nein, wir machen es mal anders. Oder ich weiß nicht. Was fehlt denn hier? Ach so, die Blume. Holen wir die nach. Ihr wisst ja, was man machen muss. Diese Äpfel essen. Ne, dann machen wir hier jetzt auch noch die Rückseite. Und dann gehen wir weiter. Weil das andere Level schaffen wir jetzt nicht mehr. In diesem Part, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Aber mit elf Blumen ist es schon. Muss lang sein. Hier haben wir Zeit. Drei Minuten. Oh, da müssen wir spurten. Wortwörtlich spurten. Wir müssen ja nur auf Schnuffel achten. Das ist ja das Schöne jetzt. Und dann, wenn wir die Bitten erfüllen, dann, wenn wir die Bitten erfüllen, dann tun wir einfach ohne Schnuffelchen. Einfach. Äh, dann. So. Äh, jetzt. Zack. Sehr schön. Schnuffel. Danke für das Herzen. Okay, äh, so. Mmh, 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 mmh. Schnuffel, wo bist du? Das war eigentlich kein Geräusch. Da können wir ja durchrushen, ne? Denn wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja, alles klar. Auf jeden Fall voll fair. Aber wir werden jetzt wieder ein bisschen voller. Danke. euch nehme ich auch noch mit dafür ist wohl zeit und am schluss fragt so an zwei sekunden ich sehe schon vor mir okay wo schnuffel ich will ihn haben wir sind nicht ein einziges mal dort hingegangen danke jetzt haben wir keine eierprobleme mehr er ist ob er da unten ist wie sollen wir das denn holen wie sollen wir das denn holen also okay muss nur auf den winkel achten jetzt vereinen wir uns lieber für den dritten denn wir haben nur noch über eine minute oh gott sei dank joshi danke so ich bin echt gespannt wo er sein wird ich mag das level obwohl es sehr gefährlich ist und auch schon die letzte welt sein könnte aber nein ok dann fehlt jetzt nur noch der letzte und bevor dieses lava teil kommt sollten wir lieber gehen ist er da hinten gewesen ich weiß es nicht ich weiß nicht ob er hinten ist doch ich wusste dass er so weit unten sein wird das war ja logisch und jetzt war schnell noch zum ende joshi schaffst du doch oder in unter einer halben minute ja sehr schön ok ja dann ab jetzt werden wir nur noch 100 prozent machen da wieder alles im zeitlimit passt schon als erstes möchte ich diese blume hier nachholen deswegen moment wenn noch irgendwas hier passiert auf der world vielleicht nope ok ja dann sehen wir uns gleich bei dieser blume ah jetzt hat es geklappt schaut an vorher meiner meinung nach waren wir ja auch dort aber ok okay who cares sag ich da mal okay wir sehen uns gleich am ziel okay weil wir jetzt hier gleich am ziel sind freue ich mich über die 100 prozent dieses levels jetzt fehlen ja nur noch wieder diese bitten langsam regen sie auf obwohl wir gerade mal keine ahnung die hälfte der level denke ich mal haben regt es mich trotzdem jetzt schon auf muss ich sagen und blume sehr schön ok ja dann machen wir jetzt noch das äh das alte gebiet bedeutet moment ich habe es vergessen wie es heißt sorry ja hier dino wüste macht fertig hoffe ich zumindest aber ich suche jetzt nochmal dieses ding hier bis gleich wow leute hier ist er ja ich habe ihn jetzt gefunden ich habe nie in den vordergrund geguckt sondern immer nur in den hintergrund und genau das war mein fehler mies ja naja egal jetzt äh schauen wir noch was seine letzte bitte ist von diesem barrikaton barrington wie auch immer äh jojo kaktus fels gefunden ja was auch immer seine letzte bitte ist werden wir gleich sehen und zwar jetzt ich benötige drei joshistatüren auf der flucht vor dem skelettus aus sage ich sie sind schwer zu kriegen ja natürlich wenn du flüchtest okay ich denke ich werde sie kriegen weil das mit dem kamel haben wir auch direkt hingekriegt und da nehme ich jetzt mit weil wegen drei stück zu schneiden ich weiß nicht ich schaue einfach wie es macht kommt drauf an aber okay jetzt schauen wir erst mal erst mal noch mal genauer gucken ja okay müsste glaube ich gar nicht so schwer werden das sind die nicht denke ich mal und gleich geht los mit diesem typ ski dieses level ist auch viel geiler als ich am anfang mal gedachte und wir haben uns natürlich kein outfit ausgewählt doch ich meine ich vergesse das immer wenn es kaputt geht ja kann schon ein bisschen mehr gas geben sagte er und verliert und verkackt ja wo soll ich das jetzt wissen dass da ein scheiß steiger ist ich muss auf den hintergrund achten okay wie konnte ich das jetzt zwei mal verfehlen dass du dich so bereit stellst du mich okay herzen brauche ich sehr schön okay ja dann dann jetzt gucken wir mal wo geht es weiter ich weiß nicht vielleicht sehen wir uns bei der nächsten star tour ich weiß noch nicht nein hier ist die nämlich schon erst mal so und so sehr schön dann gucken wir wo die nächste sein wird die letzte mittlerweile jetzt rastet er gleich aus glaube ich ich bin mir nicht ganz sicher da ist die letzte oh mein gott ach so ich habe es gerade gott sei dank noch gesehen okay level beenden ja leute ich hoffe dieser part hat euch gefallen wenn ihr midi und ihr paar geräusche gehört tut mir leid aber bei uns das wird gerade gearbeitet und ja dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten part aber wir schauen jetzt noch hast du wirklich keine bitte mehr ja sehr schön wie ich es gesagt habe dann haben wir dieses gott sei dank heute schon abgeschlossen das dino land und hurra alle grinse blumen im dino wüste im dino wüste sorry okay ja im nächsten part machen wir hier nochmal weiter ich hoffe es gibt nicht zu viele bitten mal gucken ja es sind noch nicht alle da erst wenn man alle levy gemacht hat sieht man die bitten aber egal wir sehen uns im nächsten paar video tschaui